Hallo, hier ist wieder Matthias von Lernkompass, euer Mathe-Trainer aus Dresden. In diesem Video geht es um eine ganz bestimmte Grenzwerttechnik, die wollen wir durchsprechen für ein bestimmtes Muster mit mehreren Beispielen. Am Ende hast du verstanden, wie du ein bestimmtes Muster bei den Grenzwerten von Zahlenfolgen durcharbeiten kannst und auf jeden Fall daraus deine Klausurpunkte gewinnen kannst. Los geht's! Wir beschäftigen uns bei unserer aktuellen Aufgabe mit dem Muster 1. Zu finden ist eine Übersicht über die Grenzwerte in dem verlinkten Video. Schaut einfach mal oben rein. Muster 1 von möglichen Grenzwerten. Dabei habe ich das Muster 1 so charakterisiert, dass es die Struktur hat p von n durch q von n, wobei p und q beides Funktionen sind mit n Potenzen und Wurzeln. Kann man sich also so etwas darunter vorstellen wie, so etwas ähnliches wie Polynome, aber Wurzeln sind ebenfalls erlaubt. Also das heißt gebrochene Exponenten und gebrochene Terme, Wurzeln, die über große Bestandteile des ganzen Ausdrucks liegen. Typische Beispiele haben wir hier drei Stück. Diesen Grenzwert kennen die meisten aus der Schule von euch. Die kennen die meisten aus der Schule. Diesen Grenzwert hier, der dürfte in der Hochschule neu sein. Ihr seht, dass im Unterschied zu dem hier, wo oben und unten lediglich ein Polynom vorkommt, dass hier bereits Wurzelausdrücke erlaubt sind. Und darüber hinaus gibt es noch einen weiteren Grenzwert. Da habe ich mir eine gewisse Inspiration aus einem Dresdner Übungsblatt geholt. Da sieht man, es kann auch eine Wurzel über dem gesamten Term stehen. Das ist trotzdem nicht weiter schlimm. Wir möchten alle drei Muster von Grenzwerten durchsprechen, damit ihr wisst, wie ihr mit solchen Aufgaben in den Klausuren oder in abzugebenden Hausaufgaben umzugehen wisst. Und los geht's. Aufgabe 1. Dieser Grenzwert. Limes n gegen unendlich von 2n hoch 3 minus 6n plus 1 durch 4 minus 7n hoch 3. Wenn ich einen Grenzwert dieser Art vor mir liegen habe, dann schaue ich als allererstes mir die Gerade von Zähler und Nenner an. Das heißt, ich schaue, wie sind die größten Exponenten vom Zähler und vom Nenner. Und da finde ich hier bei dieser Aufgabe das n hoch 3 als maximalen Exponenten. Das n hoch 3. Und genau diesen maximalen Exponenten, den klammere ich oben und unten aus. Sollte der mal unterschiedlich groß sein, klammere ich ihn immer nur unten aus. Das hat gewisse Gründe. Gibt es bestimmt noch ein anderes Video, wo ich das Ganze näher erklären kann. Ich klammere jetzt also diesen Exponenten oben und unten aus. Das heißt, ich ziehe mein n hoch 3 einmal raus. Das Ganze verläuft wie folgt. Limes, n gegen unendlich, n hoch 3 durch n hoch 3 und dahinter die 2 minus 6 durch n Quadrat plus 1 durch n hoch 3. Habe ich das Ganze, mache ich das Ganze unten ebenfalls nochmal. Dann habe ich 4 durch n hoch 3 minus 7. Ja, und dann sehe ich, ich kann den n hoch 3 Term einmal rauskürzen und behalte hier oben und unten mögliche, gebrochene Strukturen über, wo ich aber die Grenzwerte sehr klar sagen kann. Denn wenn das n gegen unendlich geht, geht dieser Term und dieser Term und dieser Term klar gegen 0. Der Nenner wird ja immer größer. Ich erhalte also beim Übergang, wo das gegen 0 geht, den Grenzwert, das würde ich auch genauso hinschreiben, 2 minus 0 plus 0 geteilt durch 0 minus 7. Und danach vereinfachen wir das Ganze und erhalten minus 2 Siebtel. Habe ich das soweit, dann beschäftige ich mich als nächstes mit dem Grenzwert Nummer 2 und den lassen wir erst mal so stehen. Grenzwert Nummer 2, schreiben wir ihn zunächst einmal ab. Das ist der Limes, n gegen unendlich, Wurzel n plus n ins Quadrat durch n mal 2n plus 1. So, auch hier kann ich mir sozusagen den Grad überlegen. Klar, das Ganze ist hier oben und unten kein Polynom, es stehen ja gebrochene Exponenten drin. Dennoch kann ich so eine Art Äquivalent zum Grad verwenden, indem ich sage, naja, Wurzel n ist n hoch 1 halb. Kann ich so nehmen, das ist n hoch 1, das ist ein n, das ist ein n, na gut, dann kann ich damit rechnen. Und genau das ist auch gar kein großes Problem. Ich kann oben erkennen, der größte Grad ist n ins Quadrat, macht n Quadrat. Und der größte Grad unten ist n und n ist n Quadrat. Ich weiß also bereits, dass ich n Quadrat ausklammern kann. Machen wir das einmal. Ich würde hier an der Stelle allerdings damit anfangen, das Ganze oben und unten einmal auszumultiplizieren. Das ist ja noch eine einfache binomische Formel, das kriegt man schnell hin. ist gleich Limes n gegen unendlich von oben n plus 2n mal Wurzel n plus n Quadrat unten 2n Quadrat plus n. Gut, jetzt habe ich wieder etwas vom Muster 1, das heißt vom Ausgangsmuster. Ich kann also wieder den Maximalexponenten ausklammern. Das mache ich auch gleich. Limes n gegen unendlich n Quadrat durch n Quadrat mal 1 durch n, 2 durch Wurzel n und 1, 2 plus 1 durch n. Ja, und wieder sehe ich, das n Quadrat kann ich einmal rausstreichen. Der Kram geht gegen 0. Ich kann also hinschreiben, meine Musterlösung 0 plus 0 plus 1 durch 2 plus 0 und damit 1 halb. Und fertig. Das Schöne ist, dass diese Technik auch für Beispiel wie in der Nummer 3 funktioniert. Und wie das funktioniert, Sie seht ihr gleich. Einmal auslöschen und danach geht es weiter mit dem letzten und eigentlich, wie ich finde, mit dem schönsten Beispiel, Nummer 3, Limes n gegen unendlich von n Quadrat plus 1 geteilt durch die Wurzel 3n hoch 4 minus 8n plus 13. Habe ich das jetzt soweit vorliegen, dann schaue ich wieder nach dem höchsten Grad oben und unten. Und dann sehe ich, im Zähler ist die Sache einfach, das ist einfach der Grad 2. Im Nenner habe ich den Grad 4 und darüber die Wurzel, also hoch 1,5. Wenn das n also sehr groß ist, dann spielt praktisch dieses normale n und die 13 keine wirkliche Rolle. Das heißt, es dominiert das n hoch 4 und damit dominiert das Wurzel n hoch 4. Und damit kann ich sagen, im Endeffekt bleibt dieser Term hier übrig. Was ich jetzt machen kann, ist folgendes. Ich habe unten n hoch 4 und davon die Wurzel, macht also n Quadrat. Und oben habe ich auch n Quadrat. Damit habe ich eigentlich schon die Antwort, ich muss n Quadrat einmal ausklammern. Doch wie geht das? Das gelingt uns durch eine kleine Nebenrechnung. Wir setzen folgendes an. Die Wurzel aus 3n hoch 4 minus 8n plus 13 ist, bitte daran denken, unter den Wurzeln können Produkte auseinandergezogen werden. Das machen wir jetzt auch gleich. Wir haben die Wurzel aus n hoch 4 mal 3 minus 8 durch n hoch 3 plus 13 durch n hoch 4. Beides in der Wurzel. Und jetzt nehme ich mir das Ganze und zerlege das in zwei Teilwurzeln. Für die, denen das nicht mehr geläufig ist, das ist quasi das Wurzelgesetz. Wurzel a mal b gleich Wurzel a mal Wurzel b. Wenn jemand dazu noch eine kleine Hilfe braucht, ruhig mal bitte einen Kommentar unten dran schreiben. Ich kann sicherlich das ein oder andere Video auch mal zu den Wurzelgesetzen machen. Das hier ist eine ganz typische Anwendung davon, die man aber kennen sollte. Sehe ich jetzt das Wurzel n hoch 4, kann ich daraus also wieder mein n Quadrat machen und bin praktisch fertig. Denn jetzt kann ich den Faktor n Quadrat unten rausziehen. Wie sieht das Ganze jetzt im Gesamtpaket einmal aus? Naja, wir nehmen das Ding Limes n gegen unendlich von oben n Quadrat rausgezogen und ein n Quadrat rausgezogen. Das ist nämlich genau dieses n Quadrat. Oben erhalten wir 1 plus 1 durch n Quadrat. Unten erhalten wir diese restliche Wurzel. Wurzel von 3 minus 8 durch n hoch 3 plus 13 durch n hoch 4. Tja, der Rest ist hoffentlich klar. Das n wird weggekürzt und wir sehen wieder was passiert. Dieser Teil hier geht gegen 0, dieser geht gegen 0 und dieser auch gegen 0. Das heißt, ich kann jetzt mehr oder weniger direkt alles ablesen. Das heißt, ich erhalte 1 plus 0 durch Wurzel 3 minus 0 plus 0 und damit 1 durch Wurzel 3. Wer Lust hat, noch weitere Videos zu sehen, der kann uns sehr gerne ein Like schenken, uns einmal abonnieren und auch nochmal in die Playlist reinschauen, wo wir noch mehr Grenzwerte vorstellen. Ich würde mich freuen, wenn wir uns einfach im nächsten Video wiedersehen und damit sage ich Tschüss, euer Matthias von Lernkompass aus Dresden. Bis dahin.